Und wir haben endlich einen Gewinner und zwar das StarCraft 2 Buch geht an den guten Erik Bestmann. Der hatte über die Facebook Aktionen mitgemacht. Ich hatte euch ja zwei Möglichkeiten gelassen. Einmal YouTube und einmal Facebook. Und auf jeden Fall war das richtige Lösungswort natürlich meins. Also M-E-I-N-S. Und beim Ausknobeln ist halt der gute Erik Bestmann dabei rausgekommen. Der hatte via Facebook mitgemacht gehabt. Und von meinerseits und vom ganzen Team ein herzliches Glückwunsch dafür. Und an die anderen wie gesagt nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Es wird auch nicht das letzte Gewinnspiel sein. So viel sei versprochen. Da werden jetzt immer wieder mal welche kommen. Und wir haben noch sowieso eine ganze Menge vor bei Let's Play With You. Also freue ich mich, wenn ihr dann wieder dabei seid beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Let's Play With You Folge. Bye bye, euer Tamex.